Grüß euch miteinander. Ich begrüsse Sie herzlich zur neuen Ausgabe von Local Hero. Heute zeige ich Ihnen einen besonders leckeren Salat, der im Glas serviert wird. Wie immer regional, frisch und natürlich saisonal. Den gebratenen Speck am besten mit etwas Haushaltspapier abtupfen. Das ergibt ein tolles Salat-Dressing. So, die Basis für den Salat ist gelegt. Die einzelnen Zutaten werden im Glas aufgeschichtet. Der feine Speck gibt dem Salat die nötige Würze. Dann das Glas festhalten und den Inhalt gut schütteln. Und schon ist der Salat fertig. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020